Das ist cool. Ist das echt cool? Ja, das hat was. Ich hab grad ein bisschen schissen. Wir sind doch alle lieb zu dir. Ist doch alles gut. Wer? Wann? Wo? Ich. Okay. Erstens. Wo? Banner! Banner! Heilige Scheiße. Ist es Zeit für eine Spritze? Weiß ich nicht, die haben ja wenig Schaden. Ja, aber du hast doch kaum mehr rüber. Also ich würde jetzt schon so langsam mal an eine Spritze hineinrammen, ja. Würde ich tatsächlich tun. Du hast ja vier, also. Oh, keine Trottung. Ach, soll ich jetzt wirklich die Schrotz noch weiter haben? Nee. Nee. Du musst aber jetzt sowieso nur noch in diesen kleinen Raum. Jetzt kannst du auch den Leid hier auslösen. Nee, ich muss den nennen. Aber jetzt nicht aus Versehen, äh, in der Spritze nehmen. Das spürt ja noch nicht mal. Doch. Oh. Okay. Und ein Schlüssel. Ja, wofür warst du denn? Ich weiß das nicht. Zero. Irgendein Zero. Achso. Genau. Ha. Was nehme ich denn jetzt mit mir an? Meinen Pin? Da waren wir in jedem Raum. Ja. Da sind wir hergekommen. Da drin waren wir. Haben das Ding bekommen? Oh, es lockt. Ah. Oho. Oho. Das Rätsel hört sich. Jetzt müsste man eigentlich schon wieder einen Schlagstock holen. Nee, ist nicht zurückrennen für den Schlagstock. Nee, nee, nee. Aber speichern könnten wir jetzt gleich mal wieder. Jetzt hätte ich ja schauen können wir mal, ne? Hätte ich jetzt nichts gegen, wenn da jetzt mal so einen Speicher... Punkt. Wir wissen ja beide, dass sie selten da wären. Ja, das wissen wir. In der Tat. Oh nö, Wasser. Oh nö. Ja. Kommt. Oh nö, wir müssen uns reinigen. Oh nö, wir müssen uns und wieder gehen lassen. Oh nö. Äh... Oh nö, wir müssen uns jetzt reinigen. Was macht er denn denn keinen Scharm? Was ich wollte gerade sagen, wir gemacht denn echt keinen Scharm? Was soll man denn denn, wo soll man denn dann schalten, ne? Weiß nicht, ich hab wirklich. Keine Ahnung. Oder auch genug schlagen wir so, dass er das macht. Also ich glaub schon mal nicht. Ähm. Puh. Okay. What the shit is false mit dem. Alter. Der ist nicht so nett. Ja, mit 4 Shotgun-Schüssen. Soll ich. Ich lauf grad immer in irgendeine Richtung. Was hab ich gemacht? Hä? 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 Äh. Jetzt ist gut vorbei, oder? Ja. Hä? Was war das? What the fuck? Okay. Gut. Ja, bleibt aber langweilig. Wie kann der denn einfach diesen Doktor killen? Keine Ahnung. Weil woher kommt der denn dann auf einmal? Ja, das ist der Doktor, der hat sich grad transformiert. Echt? Ja klar. Okay, der Loris macht null Damage. Was zum Henker. In den Arsch, in den Arsch. und in den Arsch. Ja, ich hab' den jetzt schon. Ja, aber... Ich hab' den ja noch nicht alles voll geträgt. Guck. 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 Jetzt lächst du recht drauf an, ja. Immer mal umdrehen, ne? Nein! Aber ich weiß nicht, wie man den so töten sollte. Ich weiß es ja nicht. Ne, keine Ahnung. Aber einfach mal alles aufpillen würde ich sagen, oder? Vielleicht ertrinkt er da. Du kannst schwimmen. Vielleicht habe ich auch noch nicht versucht, einfach durch die Tür wieder rauszufinden. Nein, das wäre zu einfach. Das kann nicht gehen. Was ist denn da die Kino, was talking about? I need the key for us. Drenn du Sau! Drenn du Sau! So! Ah! Okay, eh schon. Wünsch! Wir sind zur Polizei! Wir sind zur Polizei! Da schmeckt der Spinten! Hahaha, gut, dass ich das nicht... Also, es kann sich nur noch um Stunden handeln. Alter, ich kann nicht mehr laufen! Ich hing fest. Hm. Wir machen das jetzt, Leute, tut mir leid. Werde anfangen. Aber ihr seht ja, wie regelmäßig wir aufnehmen anhand des... Oder der Daten, die da angezeigt werden bei den Savegames. Ja. Schon. Auf jeden Fall. Ja, halt weg. Ja, wir haben es einfach nicht früher geschafft. Ist halt so. Ich bin halt auch nicht immer hier. Genau deswegen. Und wir wollen das zu zweit fertig kriegen. Ja. Ich hätte auch mal leid und nichts zu nehmen. Du sie nehmen können. Jetzt komm mal her, den Plänen ersenken. Gut. Dreh, 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 dreh. Renn, 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 renn. Das macht ja auch der Mensch. Ja, jetzt muss ich mich hier aufnehmen. Mhm. Ich seh den nicht. Oh, das ist scheiße. Das ist schlecht, ja. Egal. Perfekt. Okay. Hahahaha. Ah, jajajaj. Also, Jesus. Wir würden gleich den Kopf verlieren. Ja, du hast doch ein Messer, du Vogel. Ja, ne. Achso, nimm doch die Säge, mit der dir den Kopf abgesehen wird, falls die noch da ist. Warte, da ist der Tür kam, oder? Der ist in die Holztür reingegangen. Ja, das weiß ich nicht. Aber es wird ja auch andere, die für Kram geht. Ich hab keine Ahnung. Komm, da muss ich noch rein.